Ja, meine Freunde, gestern gab es ja diese Paukenschlag-Nachricht, Jeffrey Guvelillo wird kein neuer Vertrag angeboten, unser Kapitän wird damit spätestens 2024 unseren Verein verlassen. Es stellen sich natürlich jetzt sehr viele Fragen auf, die sich jetzt mit dieser Entscheidung natürlich mit sich ziehen. wird es einen neuen Kapitän schon dieses Jahr geben. Wir wollen schon mal über mögliche Spieler sprechen, die diese Rolle einnehmen können. Aktuell ist Jeff hier verletzt. Er ist nicht im Trainingslager und da hat man sich scheinbar dann getroffen zu diesem Gespräch. Mein Stand war ja wirklich so, man wird sich zu Gesprächen treffen. Ich dachte, man wird dann eher den Vertrag verlängern, bin ich ganz ehrlich. Es ist aber jetzt andersrum gekommen. Man hat sich zu Gesprächen getroffen, aber Jeff wurde scheinbar mitgeteilt, dass man nicht verlängert. Und ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch schon emotional war und nicht ganz einfach. Ich möchte euch hier erstmal zitieren. Abwehrchef geht in seine letzte Saison mit dem FC Augsburg. Gegenüber der BILD erklärt FCA-Manager Stefan Reuter, Jeff ist ein sehr verdienter Spieler. Wir wollten fair mit ihm umgehen. Die Saisonanalyse hat ergeben, dass wir eine neue Struktur und Hierarchie wollen. Deswegen haben wir Jeff frühzeitig mitgeteilt, dass sein 2024 auslaufender Vertrag nicht verlängert. Dazu habe ich auch eine Umfrage gestartet. Die habt ihr gestern schon auch unter meiner Textnachricht in den Community-Tab fleißig diskutiert. Findet ihr die Entscheidung richtig? 37% haben gesagt, nein, die Entscheidung hätte noch Zeit gehabt. Aber 63% haben ja auch Verständnis. Ja, so haben beide Seiten frühzeitig Klarheit. Also durchaus auch Verständnis in der Community habe ich heute früh gestartet. Aber ich glaube, das gibt schon ein gutes Bild. Das Ding hat immer zwei Seiten, so eine schwierige Entscheidung. Und man hat sich so einfach entschieden. Unser Verein steht einfach vor einem Umbruch. Man war mit den letzten Jahren nicht so ganz zufrieden. Auch hier wird ein neuer Prozess. Also man möchte eine neue Kaderstruktur, Kader-Hierarchie auch sich erarbeiten. Man möchte einfach einen neuen Ansatz für die nächsten Jahre haben und schauen, dass wir in höhere Tabellenregionen kommen und auch unseren Kapitän trifft. Ja, zu ihm selber. 2016 kam er für 3 Millionen von Arzelt Altmaar zu unserem Verein. Ist damit der zweitdienstälteste Spieler. Nur Raphael Framberger ist noch länger unter Vertrag. Ein Jahr länger. Also wirklich ein sehr wohlverdienter Spieler. Wenn man auch bedenkt, dass Jeff ja noch tausendmal mehr Spiele hat. Wenn Frammi 205 Mal hat er insgesamt das Trikot hier überzogen. Das ist schon heftig. Das ist wirklich heftiger. Er ist wirklich ein verdienter Spieler. Das muss man hier wirklich sagen. Und aktuell hat er anhaltende Fußprobleme. Wird sich auch einer OP unterziehen. Deswegen ist er ja aktuell auch nicht dabei. Timing auch maximal blöd für ihn. Wenn man jetzt einfach nicht weiß, wie denkt Jeff? Möchte er jetzt den Verein schon in diesem Sommer verlassen? Oder geht er jetzt noch in das letzte Jahr? Bleibt er dann auch Kapitän? Das weiß man wirklich nicht. Wie sehr trifft ihn das? Weil er wird jetzt auch das Trainingsrückstand haben. Die Jungs trainieren Trainingslager. Die Mannschaft wird sich einspielen. Man sieht auch, ja, man hat viele Innenverteidiger. Man probiert da ein bisschen rum. Für Jeff wird es nicht leicht, sich wieder in die Startelf zu kämpfen. Und jetzt natürlich, wenn er wechseln will, maximal blöd, dass er aktuell jetzt verletzt ist, während die Transferphase offen ist. Also wirklich eine blöde Situation auch für ihn mit dieser Verletzung jetzt. Also spielt ihm natürlich null in die Karten. Aber ja, man wird das jetzt auf jeden Fall mit Spannung beobachten. Schwierig, schwierig. Und auch bei Felix Udukay ist jetzt der Stand, dass die Bild schreibt, er möchte scheinbar noch nicht den Vertrag verlängern. Gewissermaßen verstehe ich es. Er möchte wahrscheinlich die sportliche Entwicklung des Vereins abwarten. Und falls es wirklich bergaufwärts geht, wäre er vielleicht sogar bereit zu verlängern. Stand jetzt sagt er, nein, möchte ich noch nicht. Und hier könnte es durchaus zu einem Wechsel kommen. Weil es hieß ja, wenn jemand nicht verlängert, ist man bereit, in diesem Sommer ihn abzugeben. Und bei Felix Udukay könnte es der Fall sein, Fakt ist, was auffällig ist, Winter fängt gerne in den Testspielen neben Pfeiffer auf der linken Seite an und nicht Udukay. Sprich, man testet scheinbar hier Freddy Winter schon als ernsthafte Alternative für Udukay. Also kann ich mir so zumindest vorstellen. Wie gesagt, laut Bild möchte er nicht verlängern. Er wäre auch ein möglicher Kapitänskandidat. Ich blende jetzt hier mal alle ein. Das sind die Jungs, die so ein bisschen in Frage kommen, welche genannt wurden. Jetzt auch in den sozialen Medien. Alles ja auch ein bisschen logisch. Am ältesten, am längsten im Verein ist hier Felix Udukay. Gefolgt von Niklas Dorsch, der ein Jahr später kam. Und Demirovic und Rex kamen dann, wie gesagt, ein Jahr später als Dorsch, letztes Sommer erst. Sprich, wenn Vereinsdasein angeht, wäre Udukay der perfekte Kandidat. Er war auch Vize-Kapitän jetzt in den letzten Spielen. Und hier ist jetzt einfach das Problem, man weiß ja nicht mal, ob er über den Sommer hinaus jetzt bei uns bleibt. Ob man mit ihm einfach dann in die neue Saison geht, obwohl der Vertrag ausläuft. Auch eine Option. Er ist schon ein guter Spieler. Wir müssen uns nichts vormachen. Ein wichtiger Spieler. Aber wird man dann ihm die Kapitänsbinde geben? Jemand, der sich aktuell ja nicht komplett bekennt zum Verein. Also sonst würde er ja verlängern. Man muss dazu sagen, hier kann sich natürlich noch was ändern. Wir haben noch knapp über eineinhalb Monate Zeit, das zu tun. Und ja, man kann ja auch während der Saison verlängern. Aber wie gesagt, man würde ja im Sommer eventuell abgeben. Deswegen sage ich noch eineinhalb Monate. Wenn er verlängert, wäre er eine ernsthafte Option. Ja, und zu Niklas Dorsch. Ja, er hat alles, was es eigentlich braucht, um zukünftig uns als Kapitän auf den Platz zu führen. Wenn er fit ist, wird er auch Stammspieler sein. Er hat auch absolut diesen Charakter. Er ist sehr klar in seinen Aussagen. Mittlerweile auch gereift als Persönlichkeit. Wie er auftritt, auch respektiert in der Kabine. Superspieler, super Typ, super Charakter. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, mit ihm mal zu quatschen. Er ist wirklich, er hat eine gesunde Ausstrahlung. Nicht dieses verkrampfte Leadership. Aber er ist ein Leader. Er kann auch ein Lautsprecher sein für die Mannschaft. Gerade im Mittelfeld wird er, denke ich, gesetzt sein, wenn er fit ist. Niklas als Stammspieler ist ja auch wichtig für den Kapitän. Der wird ja auch Stammspieler sein. Und ich denke, dass Niklas, wenn er fit ist, auch von Enrico Maas als zentraler Spieler da geplant ist. Also für Niklas Dorsch spricht eigentlich enorm viel. Und wie gesagt, er war in den Testspielen jetzt auch schon Kapitän. Er ist, wie gesagt, seit 2021 im Verein. Kapitän länger als Dorsch und Rechtsbetschei spricht hier auf jeden Fall auch für Niklas Dorsch. Falls man wirklich hier einen neuen Kapitän braucht. Wie seht ihr das, Leute? Da hat man natürlich Demirovic und Rechtsbetschei. Rechtsbetschei hat uns auch mal ein Spiel aus Kapitän auf dem Platz geführt. Hier ist es halt so, dass ich bei ihm nicht die Stammplatzgarantie mehr sehe. Ich glaube, er wird auch eher so ein Rotationsspieler. Er wird mal starten, mal nicht. Er ist kein unumstrittener Stammspieler. Letztes Jahr hat er auch viel gespielt, weil wir auch nicht wirklich die Optionen hatten. Dieses Jahr haben wir auf dieser Position viele Optionen. Und Rechtsbetschei wird sich wirklich kämpfen müssen. Und das Stammplatz für mich ist daher Rechtsbetschei eher kein Kapitänkandidat. Und ein Jahr ist mir auch einfach zu wenig, um im Verein zu sein. Also da spiele ich einfach mehr für Dorsch. Er ist schon zwei Jahre da, um das mal einfach so auszudrücken. Und bei Demirovic, ja, er hat natürlich auch so vom Auftreten, glaube ich, und von der Auswirkung für alle, so auch das gewisse Etwas als Kapitän uns auf den Platz zu führen. Ist aber halt auch erst ein Jahr da. Hat sich jetzt aber klar zu uns bekannt. Das muss man fairerweise sagen. Spricht auch mit vielen Spielern. Versucht, die, glaube ich, auch zu überzeugen, hier mit Augsburg was aufzubauen. Fühlt sich unglaublich wohl hier. Hat auch ein Standing in der Mannschaft. Und er ist einfach ein cooler Typ. Das muss man auch sagen. Also er hat vom Charakter her auch die Züge eines Kapitäns. Aber er ist, wie gesagt, nur ein Jahr da. Stammspieler ist er mehr oder weniger. Hat aber auch deutlich Konkurrenz bekommen. Und ich sage mal so, für mich sind die Favoriten hier auf jeden Fall, weil Felix Urukai noch unklar ist, die Zukunft. Demirovic und Dorschi hier die Favoriten, falls man einen neuen Kapitän sucht. Aber Dorschi einfach hier die Nase vorn hat, weil er so ein natürlich Natural Born Leader auch ist. Unglaublich schon gereift ist als Typ. Ist auch ernster. Bisschen, so kann man es vielleicht sagen. Und er könnte das aus dem Mittelfeld wirklich machen. Und man weiß ja, dass Enrico Maas ihn schon letztes Jahr eigentlich als ultimatives, zentrales Muster im System hat. Also er wollte ihn als zentralen Spieler haben. Und ich glaube, dass er es dieses Jahr auch durchzieht, wenn Dorsch fit ist. Und von mir aus mein Favorit ist Niklas Dorsch auf die Kapitänsbinde. Und ich denke, dass auch Enrico Maas ihn so plant. Jetzt frage ich euch, wer wäre euer Lieblingskapitän von diesen Spielern? Ich denke, wenn es einen neuen gibt, wird es einer von diesen vier Herren. Aber man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass Jeff einfach auch noch das nächste Jahr Kapitän bleibt, falls er bis 2024 Ende im Kader bleibt. Und hier ist ja noch nichts entschieden. Also wie gesagt, es ist alles so. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ich bin so gespannt, was noch passiert bis Ende August, 1. September. Und ja, und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. War auf jeden Fall ein Paukenschlag. Ihr habt zum Großteil Verständnis für diese schnelle Entscheidung. Diesmal hat man sie auch schnell getroffen. Bei Niederlechner haben wir uns beschwert. Warum lässt man ihn so lange in Unklarheit? Diesmal hat man an Eltern verdienten Spielern es halt früher gesagt. Ja, es hat alles immer Pro und Kontras. Sicherlich keine einfache Situation. Ich feiere Jeff auch mega als Typ. Aber ja, so ist es jetzt gekommen. In diesem Sinne diskutiert gerne in den Kommentaren mit, falls Jeff nicht mehr Kapitän sein wird und verlässt. Wer soll es denn machen? In diesem Sinne, euer Dennis. Daumen nach oben wäre super.